Oh shit! Ähm, ja. Oh nein! Hey! Objekte. Wo sind meine schönen Tränke? Oh, stopp! Nein! Ich hätte gerne erstmal meinen Fokus wieder drauf. So. Aua! So. Objekte. Objekte. Fokinesenskrank. Ey! Fokinesenskrank. Ähm. Stärketrank. Nein! Magie. Nein! Objekte. Nein! Objekte. Ja, schön! Das ist alles! Ey! Aua! So. Wie werde ich das bereuen? Nein! Ach! 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 Mieste! Moment mal! Geist! So, Magie! Fokus! Ja. Objekte. Äh. Lebensenergie festigen. Lebensenergie festigen. Mana festigen. Hier. Aua! Objekte. Objekte. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Hm? Warte, Klappe! Ist das alles? Ja, Objekte. Lesungskrank. Das Ding. Äh, zack. Nein! Verdammt! Nochmal. Magie. Fokus. So. Äh. Mag... Äh... Lebensenergie festigen. Und... Intropie wird verbessert für 8 Sekunden. Um 8 Prozent. Das Ding auf jeden Fall. Gut. So. Wo? Nein. Objekte. Mana wieder herstellen. Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Ach, scheiße. Ey! Ach, verdammt nochmal. Gut. Nochmal. Magie. Fokus. Fokus. Piekte. Piekte. Lebensenergie festigen. Entropie festigen. Mana Regeneration festigen. Äh... Gut, gut. Hübsch. So. Objekte. 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 Wieso. So. Uh. So. Ist das alles? Ist das alles? Nein! 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 Das gibt's doch nicht. Die Schlampe war doch eben noch da. Hm. Wie mache ich das gegen die Leute? Ah! Das sind so viele. Moment mal. Ohhhhhhh. Uh. Hm. Oh. Uh. Oh. 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 Hey, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte, nein, ich wollte Magie Fokus Fokussen Was ist denn jetzt los? Hat ja gerade die Engine versagt oder was Bauderen, Eisenhandschuhe, nein Vagabund, Groschen Wo habe ich die eine jetzt gerade Hingeschleudert Ich noch getroffen habe Da unten liegt sie Agabundin Oh Gut, gut, gut Jetzt kann ich aber speichern Und hier reingehen Denn jetzt müssten da nur noch sehr wenige drin sein Bam So Du hast Du hast auch einen runden Bogen Und einen runden Schwert Aber ich kann nicht mehr so viele tragen So Es war jetzt Bisschen gecheatet Allein schon, weil die Engine irgendwie Versagt hat Vielleicht hat die den Kampf aufgegeben Weil ich irgendwie eine gewisse Gewissen Abstand von dir hatte Aber wer weiß So, guck mal Silberherz Das kann ich gebrauchen Meine Lieben, das kann ich gebrauchen Dann muss es durchgehen Ich kann das nicht irgendwie beschleunigen Schade Das wäre schön, wenn man das beschleunigen könnte Naja Diese Ader ist ausgeschöpft Hm Krüstenboot Hier Dem der Manipulation Okay Was ist das denn für ein geiles Ding Mentalismus Okay Assassinenkapuze gegen die Hüterkapuze Die Hüterkapuze Dier Dem Ne Diebestuniker Diebeshandschuhe Gegen den Z-Gegenstand Beinlederstiefel Festlederschuhe Da kann ich die Feinlederstiefel nehmen Bam Lichtmagie Ich bin nicht Mentalismus Mist Hier kann ich nicht Tore Ja jetzt verstehe ich Was damit gemeint ist Mit den drei Sternen Speichern wir auf jeden Fall Nochmal Moment Ja ist schwer BAM Ein Runenschild Ein Runenstreitkolben Aha Es sieht alles so richtig Schick aus Ein Geldbeutel Wo ist der Typ denn jetzt wieder hingeflogen Geldbeutel